...völlig weg vom Fenster, aber nicht, weil sie keinen Erfolg hatte, sondern weil sie einfach zurückgezogen hat, hat gesagt, ich tüfte jetzt mal ein bisschen. Ja, und wie der Blitz aus, oder der Phönix aus dem Busch sozusagen, ist sie wieder da. Kate Bush! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, come on angel, come on, come on darlin', let's exchange the experience, ohhh, ohhh, ohhh. If only could we could deal with God, and again there's a small amount of places, I'd be running down that road, be running down that view with no one left. Das war's. 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 Das war's.